Sie sah, dass einer der Einspritzer über ihrem Mund in Stellung ging. Er wurde von Belondas Hand bewegt. Wir haben den Gral in unseren Köpfen, hatte Odrade gesagt. Trag diesen Gral geduldig, wenn er in deinen Besitz gelangen sollte. Der Einspritzer berührte ihre Lippen. Morbella schloss die Augen und spürte, dass Finger ihren Mund öffneten. Kaltes Metall berührte ihre Zähne. Die Stimme Odrades, an die sie sich erinnerte, war in ihr. Vermeide Exzesse. Sei übergenau und du wirst dich stets einem Wüsten durcheinander gegenübersehen und der Notwendigkeit, immer größere Korrekturen vorzunehmen. Oszillation. Fanatiker sind außerordentliche Oszillationserzeuger. Unser Gral. Er hat einen linearen Charakter, weil jede ehrwürdige Mutter die gleiche Bestimmung in sich trägt. Wir werden dies gemeinsam verewigen. Eine bittere Flüssigkeit strömte ihr in den Mund. Morbella schluckte sie stoßweise hinunter. Sie fühlte, wie der Fluss des Feuers durch ihre Kehle in den Magen ging. Abgesehen von dem Brennen fühlte sie keinen Schmerz. Sie fragte sich, ob dies schon alles sein könnte. Ihr Magen fühlte sich jetzt lediglich warm an. Langsam, so langsam, dass sie es erst nach einigen Herzschlägen bemerkte, floss die Wärme nach außen. Als sie Morbellas Fingerspitzen erreichte, spülte sie, dass ihr Körper sich krümmte. Ihr Rückgrat hob sich von der gepolsterten Tischoberfläche. Etwas Weiches, aber Festes ersetzte den Einspritzer in ihrem Mund. Stimmen. Sie vernahm sie und wusste, dass man miteinander sprach, aber sie konnte die Worte nicht voneinander unterscheiden. Als sie sich auf die Stimmen konzentrierte, wurde ihr bewusst, dass sie den Kontakt mit ihrem Körper verloren hatte. Ihr Fleisch wand sich, und da war auch Schmerz. Aber sie war davon getrennt. Eine Hand berührte eine andere und drückte sie fest. Sie erkannte an der Berührung, dass es Danken war, und plötzlich spülte sie ihren Körper wieder. Und die Agonie. Ihre Lungen schmerzten beim Ausatmen, beim Einatmen nicht. Dann fühlte sie sich ausgelaugt, entleert. Das Gefühl, sich in einem lebendigen Körper aufzuhalten, wurde zu einem dünnen Draht, der sich durch zahlreiche Präsenzen wand. Sie spürte die sie umgebenden anderen jedoch. Es waren viel zu viele für dieses kleine Amphitheater. Ein anderer Mensch schob sich in ihr Blickfeld. Morbella hatte das Gefühl, sich in einem Fabrikshuttle zu befinden. Im Weltraum. Das Shuttle war primitiv. Zu viele manuelle Kontrollen, zu viele blinkende Lichter. Eine Frau an den Kontrollen, klein und unscheinbar, schwitzend von der Arbeit. Sie hatte langes, braunes Haar, das zu einem Knoten gebunden war, von dem einige hellere Strähnen abstanden und ihre schmalen Wangen umgaben. Sie trug einen Einteiler, ein kurzes Kleid aus leuchtendem Rot, Blau und Grün. Maschinerie. Sie war sich der monströsen Maschinerie bewusst, die sich direkt hinter diesem Raum befand. Das Kleid der Frau kontrastierte sorgfältig mit dem Gefühl des Sich-dahinschleppens der Maschinerie. Sie sprach, aber ihre Lippen bewegten sich nicht. Hör zu, du, wenn die Zeit kommt, dass du diese Kontrollen übernimmst, werde nicht zum Zerstörer. Ich bin hier, um dir zu helfen, den Zerstörern aus dem Weg zu gehen. Weißt du das? Morbella wollte etwas sagen, aber sie hatte keine Stimme. Du brauchst dich nicht so anzustrengen, Mädchen, sagte die Frau. Ich höre dich. Morbella versuchte, ihren Blick von der Frau abzuwenden. Wo bin ich hier? Ein einziger Operateur, ein riesiges Lagerhaus, eine Fabrik, alles automatisiert, Rückkopplungslinien, die sich in dem kleinen Raum zu Netzen überlagerten, komplizierte Kontrollen. In dem Glauben, sie flüstere, fragte Morbella, Wer bist du? Sie hörte das Brüllen ihrer Stimme, wie es ihr in den Ohren schmerzte. Nicht so laut, ich bin deine Mohalata-Führerin, jene, die dich an den Zerstörern vorbeisteuert. Dar, beschütze mich, dachte Morbella. Dies ist nicht irgendein Ort, es ist mein Ich. Bei diesem Gedanken löste sich der Kontrollraum auf. Sie war ein Nomade in der Leere, dazu verdammt, niemals still zu sein, niemals einen Augenblick der Schonung zu finden. Außer ihren rasenden Gedanken wurde alles immateriell. Sie hatte keine Substanz mehr, nur eine dünne Zugehörigkeit, die sie als Bewusstsein erkannte. Ich habe mich selbst aus Nebel erschaffen. Dann kamen die Erinnerungen der anderen. Stückchen für Stückchen. Erfahrungen, die, das merkte sie sofort, nicht ihre eigenen waren. Gesichter, die sie gierig ansahen und um ihre Aufmerksamkeit buhlten, aber die Frau an den Kontrollen des Shuttle zog Morbella beiseite. Sie erkannte logische Notwendigkeiten, konnte sie aber in keine verständliche Form bringen. Dies sind Leben aus deiner Vergangenheit. Es war die Frau an den Shuttle-Kontrollen, aber ihre Stimme klang entkörperlich und kam auch aus keiner klar erkennbaren Richtung. Wir sind Nachfahren von Völkern, die abscheuliche Dinge getan haben, sagte die Frau. Wir geben nicht ganz zu, dass unter unseren Vorfahren blutrünstige Barbaren waren. Eine ehrwürdige Mutter muss es eingestehen. Wir haben keine andere Wahl. Morbella wusste jetzt, dass sie ihre Fragen nur zu denken brauchte. Warum muss ich? Die Siegreichen pflanzen sich fort. Wir sind ihre Nachfahren. Siege wurden oftmals zu hohen moralischen Preisen errungen. Barbarentum ist nicht einmal das adäquate Wort für manche Dinge, die unsere Ahnen getan haben. Murbella spürte eine vertraute Hand auf ihrer Wange. Duncan, die Berührung verstärkte ihren Schmerz. Oh, Duncan, du tust mir weh. Durch den Schmerz fühlte sie Lücken in den ihr enthüllten Leben. Dinge, die man zurückhielt. Nur das, was du jetzt ertragen kannst, sagte die körperlose Stimme. Weiteres kommt später, wenn du stärker bist, falls du überlebst. Ein selektiver Filter, hatte Odrade gesagt. Notwendigkeiten öffnen Türen. Die anderen Präsenzen erzeugten ein stetiges Jammern, Lamentieren. Na, siehst du, was passiert, wenn man den gesunden Menschenverstand außer Acht lässt? Der Schmerz nahm zu. Sie konnte sich ihm nicht entziehen. Jeder ihrer Nerven stand in Flammen. Sie wollte schreien, Drohungen hinausbrüllen, um Hilfe flehen. Sich überschlagende Gefühle begleiteten die Agonie, doch sie ignorierte sie. Alles geschah auf einem dünnen Existenzfaden. Er konnte reißen. Ich sterbe. Der Faden dehnte sich. Er würde reißen. Widerstand war zwecklos. Die Muskeln würden nicht gehorchen. Allem Anschein nach hatte sie gar keine Muskeln mehr. Sie wollte auch keine. Muskeln bedeuteten Schmerz. Es war die Hölle, und sie würde niemals enden. Nicht einmal dann, wenn der Faden riss. Flammen leckten jetzt an dem Faden entlang, leckten an ihrem Bewusstsein. Hände rüttelten ihre Schultern. Danken. Lass es sein. Jede Bewegung war Schmerz. Größer, als sie sich je hatte vorstellen können. Es war richtig, dass man ihn als Agonie bezeichnete. Der Faden dehnte sich nun nicht mehr. Er zog sich zusammen. Er wurde zu einem kleinen Ding, dem Brennpunkt einer dermaßen scharfen Pein, dass außer ihm nichts anderes mehr existierte. Das Gefühl, zu sein, wurde verschwommen. Lichtdurchlässig. Transparent. Siehst du? Die Stimme ihrer Moalata-Führerin kam aus weiter Ferne. Ich sehe Dinge. Sehen stimmte nicht ganz. Das Bewusstsein, dass da andere waren. Andere, die schwebten. Die Erinnerungen anderer in den Häuten verlorener Leben. Sie breiteten sich hinter ihr in einem Zug aus, dessen Länge sie nicht abschätzen konnte. Licht durchlässiger Nebel. Da und dort riss er auf, und sie erhaschte einen Blick auf die Ereignisse. Nein, sie sah die Ereignisse genau. Erinnerungen. Sei Zeugen, sagte ihre Führerin. Du siehst, was unsere Vorfahren unsägliches getan haben. Sie sind den schlimmsten Fluch nicht wert, den man sich ausdenken kann. Entschuldige nichts mit zeitlicher Notwendigkeit. Vergiss nicht. Es gibt keine Unschuldigen. Widerlich. Sie konnte nichts davon ertragen. Alles wurde zu Reflexen und aufreißendem Nebel. Irgendwo dort war eine Größe, die sie, wie sie wusste, vielleicht erringen würde. Das Enden der Agonie. Das war es. Wie großartig würde dies sein. Wo ist dieser großartige Zustand? Lippen berührten ihre Stirn, ihren Mund. Danken. Sie griff nach oben. Meine Hände sind frei. Ihre Finger fuhren durch Haar, das ihr vertraut war. Es ist real. Die Agonie zog sich zurück. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie einen Schmerz hinter sich hatte, den man mit Worten nicht beschreiben konnte. Agonie. Sie verbrannte die Seele und gab einem neue Gestalt. Jemand unterzog sich ihr und kehrte als anderer zurück. Danken. Sie öffnete die Augen. Sein Gesicht war direkt über ihr. Liebe ich ihn immer noch? Er ist da. Er ist der Anker, an den ich mich in den schlimmsten Augenblicken geklammert habe. Aber liebe ich ihn immer noch? Bin ich immer noch im Gleichgewicht? Keine Antwort. Odrade, die sie im Moment nicht sehen konnte, sagte, »Zieht ihr die Kleider aus, Handtücher, sie ist klatschnass, und bringt ihr eine passende Robe.« Hastige Geräusche waren zu hören. Dann sagte Odrade, »Murbella, ich freue mich, sagen zu können, dass du den schwierigen Weg gegangen bist.« Welche Erleichterung in ihrer Stimme. Warum freute sie sich? Wo liegt der Sinn meiner Verantwortung? Wo ist der Gral, den ich angeblich in meinem Kopf spüren soll? Antwortet mir keiner? Aber die Frau an den Shuttle-Kontrollen war nicht mehr da. Nur ich bin übrig, und ich erinnere mich an Abscheulichkeiten, die eine geehrte Martha in Angst versetzt hätten. Dann sah sie den Gral. Aber er war kein Gegenstand, sondern eine Frage. Wie hält man alles im Gleichgewicht? Den Gott unseres Haushalts tragen wir von Generation zu Generation weiter. Unsere Botschaft an die Menschheit für den Fall, dass sie erwachsen wird. Das, was der Göttin eines Haushalts am nächsten kommt, ist eine ehrwürdige Mutter, die versagt hat. Shenue, dort in ihrer Nische. Darwey und Rade Jetzt waren seine Mentatfähigkeiten für Idaho ein Refugium. Morbella blieb so oft bei ihm im Schiff, wie es ihre Pflichten erlaubten. Er mit seiner Waffenentwicklung und sie, indem sie Kraft sammelte, um sich ihrem neuen Status anzupassen. Sie log ihn nicht an. Sie glaubte wohl, diese Worte würden ihn bestärken. Aber er hörte die innere Aussage, sei frei, zerreiß die, die dich umschlingen. Er sah sie neuerdings des Öfteren in den Wehen der weitergehenden Erinnerungen. Sie zögerte nicht, über einiges davon zu reden. Der Schnittpunkt, jeder kann die Verbindungsstellen in den natürlichen Unterbrechungen des Lebens fühlen. Tode, Täuschungsmanöver, zufällige Pausen zwischen einflussnehmenden Ereignissen, Geburten. Sie waren in seinem Bett, sogar der Krono war abgedunkelt, was sie natürlich nicht vor den Komaugen verbarg. Die Neugier der Schwesternschaft wurde von anderen Energien gespeist. »Du hast eine Geburt nie als Unterbrechung gesehen? Für eine ehrwürdige Mutter ist das aber erheiternd.« »Erheiternd. Entfernen. Entfernen.« »Fischredner«, das war die Offenbarung, die die Bene Gesserit mit Faszination aufnahmen. Sie hatten es vermutet, aber Morbella hatte es bestätigt. »Aus der Fischredner-Demokratie war die Autokratie der geehrten Matris geworden.« Es gab keinen Zweifel mehr. Die Tyrannei der Minderheit, die die Maske der Mehrheit angelegt hat, hatte es Odrade mit triumphierender Stimme genannt. Der Untergang der Demokratie. Entweder wurde sie von ihren eigenen Exzessen besiegt oder von der Bürokratie aufgefressen. Eiderhofer nahm in dieser Beurteilung den Tyrann. Wies die Geschichte überhaupt ein Wiederholungsmuster auf? Dann hiermit. Einen Wiederholungstrommelwirbel. Zuerst ein Beamtengesetz, das die Lüge kaschierte. Es sei die einzige Möglichkeit, demagogische Ausschreitungen und Vetternwirtschaft zu unterbinden. Dann die Akkumulation von Macht in Bereichen, die der Wähler nicht einsehen konnte. Und schließlich die Aristokratie. »Die Bene Gesserit sind vielleicht die einzigen, die je fähig sein werden, einen leistungsfähigen Sachverständigenausschuss hervorzubringen«, sagte Morbella. »Ausschüsse sind bei Gesetzeshütern nicht beliebt. Sie opponieren gegen das Gesetz. Sie können Richter ignorieren.« Sie lachte in der Dunkelheit. Beweise? Was sind Beweise schon anderes als Dinge, die man einem wahrzunehmen erlaubt? Das ist es, was das Gesetz zu beherrschen versucht. Die sorgfältig zurechtgebogene Wirklichkeit. Worte, um ihn abzulenken. Worte, die ihre neuen Bene Gesserit-Kräfte demonstrieren sollten. Ihr Liebesgeflüster hingegen fiel flach aus. Sie sagt es auswendig her. Er erkannte, dass Odrade dies beinahe ebenso störte, wie es ihn bestürzte. Morbella hingegen nahm weder die eine noch die andere Reaktion warm. Odrade hatte versucht, ihn zu beruhigen. Jede neue, ehrwürdige Mutter durchläuft eine Anpassungsperiode. Manchmal sind sie dann manisch. Vergessen Sie nicht, Danken, dass sie sich auf völlig neuem Boden bewegt. Wie könnte ich es vergessen? Erstes Gesetz der Bürokratie, sagte Morbella in der Dunkelheit. Mich lenkst du nicht ab, Liebling. Ausbreitung bis an die Grenzen aller vorhandenen Ausdruckskraft. Ihre Stimme klang tatsächlich manisch. Unter Einbeziehung der Lüge, dass Steuern alle Probleme lösen. Sie wandte sich im Bett zu ihm um. Aber nicht, um seine Leidenschaft anzufachen. Die geehrten Matris haben es routinemäßig durchgespielt. Sogar mit einem Sozialversicherungssystem. Aber alles ging in ihre private Energiebank. Morbella? Was? Die Schärfe seines Tonfalls überraschte sie. Weiß er denn nicht, dass er mit einer ehrwürdigen Mutter spricht? Ich weiß das alles, Morbella. Jeder Mentat weiß es. Willst du mich dazu bewegen, den Mund zu halten? Zornig. Deine Aufgabe besteht darin, so zu denken wie unsere Feinde, sagte er. Wir haben doch einen gemeinsamen Feind. Du verspottest mich, Duncan. Sind deine Augen rot? Die Melange lässt du etwas nicht zu. Und außerdem weißt du... Oh. Die Bene Gesserit brauchen dein Wissen. Aber du musst es kultivieren. Er schaltete ein Leuchtglobus ein und stellte fest, dass sie ihn anfunkelte. Es kam zwar nicht unerwartet, war aber Bene Gesserit untypisch. Hybride? Das Wort war plötzlich in seinem Geist. War es Hybridenstärke? Erwartete die Schwesternschaft genau das von Morbella? Manchmal überraschten die Bene Gesserit einen. Man entdeckte sie, wie sie einem in einem halbdunklen Korridor gegenüberstanden, mit unbeweglichem Blick und einem Gesicht, das auf die ihnen eigene Weise wie eine Maske wirkte. Und hinter der Maske brauten sich Reaktionen zusammen, die unüblich waren. Von daher hatte Tech gelernt, das Unerwartete zu tun. Aber dies hier? Idaho glaubte an die Möglichkeit, dass er die neue Morbella irgendwann nicht mehr mögen könne. Natürlich sah sie es ihm an. Er war so offen für sie wie kein anderer Mensch. Hasse mich nicht, Duncan. Es war zwar kein Bitten, aber etwas zutiefst Verletztes hinter ihren Worten. Ich werde dich niemals hassen. Er schaltete das Licht aus. Sie schmiegte sich auf beinahe die gleiche Weise an ihn wie vor der Agonie. Beinahe. Der Unterschied zerrte an ihm. Die geehrten Matris sehen in den Bene Gesserit Mitbewerber um die Macht, sagte Morbella. Es ist zwar nicht unbedingt so, dass die Männer, die meinen Ex-Schwestern folgen, Fanatiker sind, aber aufgrund ihrer Abhängigkeit haben sie keinen freien Willen mehr. Sind wir auch so? Ich bitte dich, Duncan. Du meinst, ich könnte diesen Grundstoff auch in anderen Läden kriegen? Sie zog die Annahme vor, er spreche über die Ängste einer geehrten Martha. Viele würden sich von ihnen lossagen, wenn sie es könnten. Sie fiel über ihn her, forderte eine sexuelle Reaktion. Ihre Preisgabe schockierte ihn. Als sei es das letzte Mal, dass sie eine solche Ekstase verspüren könne. Hinterher lag er ermattet da. Hoffentlich bin ich wieder schwanger, flüsterte sie. Wir brauchen unsere Babys noch immer. Wir brauchen. Das Bedürfnis der Bene Gesserit. Früher hatte es, sie brauchen unsere Babys geheißen. Er schlief ein und träumte. Er befände sich im Arsenal des Schiffes. Es war ein Traum, der von der Wirklichkeit berührt wurde. Das Schiff war immer noch die Waffenfabrik, die es auch in der Realität war. Odrade unterhielt sich mit ihm im Arsenal. Meine Entscheidungen werden von Notwendigkeiten diktiert, Duncan. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ausbrechen und Amok laufen. Dazu bin ich zu sehr mentat. Wie eingebildet seine Traumstimme war. Ich träume und ich weiß, dass ich träume. Was mache ich hier mit Odrade im Arsenal? Eine Waffenliste rollte vor seinen Augen ab. Atomwaffen. Er sah riesige Sprengköpfe und tödlichen Staub. Lasgans. Unzählbare unterschiedliche Modelle. Bakteriologische Waffen. Odrades Stimme unterbrach das Abrollen der Liste. Wir können sicherlich davon ausgehen, dass die Schmuggler sich wie üblich auf kleine Dinge stürzen, die großen Profit einbringen. So Steine natürlich. Immer noch angeberisch. So bin ich doch gar nicht. Mordwaffen, sagte sie. Pläne und Beschreibungen für neue Gerätschaften. Der Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen ist für Schmuggler äußerst lukrativ. Ich bin unausstehlich. Außerdem gibt es immer Heilmittel und Krankheiten, die nach ihnen verlangen. Wo ist sie? Ich kann sie zwar hören, aber nicht sehen. Wissen die geehrten Matristes, unser Universum Lumpen nur dann beschützt, wenn sie eine Problemlösung anbieten können, bevor sie das Problem ausgesät haben? Lumpen. Das Wort benutze ich doch nie. Alles ist relativ, Duncan. Sie haben Lampardes in Flammen aufgehen lassen und vier Millionen unserer besten Leute abgeschlachtet. Eiderhohr wachte und setzte sich aufrecht hin. Beschreibungen neuer Gerätschaften. Da war es. In allen Einzelheiten. Eine Möglichkeit, einen Holzmann-Generator zu miniaturisieren. Auf nicht mehr als die Größe einer Fingerkuppe. Und viel billiger. Wie ist das in meinen Geist hineingeraten? Er glitt aus dem Bett, ohne Mobella zu wecken. Dann tastete er sich zu seinem Umhang. Er hörte ihren Atem, als er sich ins Arbeitszimmer begab. Nachdem er an der Konsole Platz genommen hatte, kopierte er den Entwurf aus seinem Geist und studierte ihn. Perfekt. Die Abschottung stand. Er meldete es dem Archiv mit einem Hinweis für Odrade und Belonda. Dann lehnte er sich mit einem Seufzer zurück und untersuchte den Entwurf erneut. Er verschwand wie ein Blitz in seiner Traumliste. Träume ich immer noch? Nein. Er konnte den Sessel fühlen, die Konsole berühren, hörte das Summen des Feldes. Im Traum ist es nicht anders. Die Liste zeigte ihm Hieb- und Stichwaffen, einschließlich solcher, die man so gestaltet hatte, dass sie den Körper des Feindes mit Gift oder Bakterien infizierten. Projektile. Idaho fragte sich, wo er die Liste anhalten und nach Details Ausschau halten sollte. Es ist alles in deinem Kopf. Menschen und andere Tiere, als Angriffswaffen gezüchtet, rollten an seinen Augen vorbei, verbargen die Konsole und ihre Projektion. Futar? Wie kamen die Futar hierher? Was weiß ich über die Futar? Disruptoren ersetzten die Tiere. Waffen, die die geistige Aktivität einnebelten oder auf das Leben selbst einwirkten. Disruptoren? Ich habe diese Bezeichnung noch nie zuvor gehört. Disruptoren wurden von 0G-Suchern übertroffen, die spezifische Ziele suchten. Die kenne ich. Dann die Explosivstoffe, einschließlich jener, die Gifte und Bakterien versprühten. Illusionen, um Ziele vorzutäuschen, die es gar nicht gab. Tag hatte sie schon mal eingesetzt. Als nächstes kamen die Energieerzeuger. Davon hatte er ein Privatarsenal. Methoden, um die Schlagkraft der eigenen Truppen zu erhöhen. Plötzlich wurde die Waffenauflistung von dem schimmernden Netz seiner Vision ersetzt, und er sah das ältliche Paar in seinem Garten. Die beiden sahen ihn an. Die Stimme des Mannes wurde hörbar. Hör auf, uns auszuspionieren! Eiderhub hackte die Lehnen seiner Sitzgelegenheit und riss sich selbst hoch. Aber die Vision verschwand, bevor er sie in allen Einzelheiten studieren konnte. Spionieren? In seinem Geist war etwas von der Auflistung zurückgeblieben. Etwas, das zwar nicht mehr sichtbar, aber hörbar war. Eine nachdenkliche, männliche Stimme. Verteidigung muss oftmals die Natur einer Angriffswaffe haben. Manchmal jedoch können einfache Systeme die fürchterlichsten Waffen ablenken. Einfache Systeme. Er lachte auf. Miles, wo zum Teufel steckst du, Tech? Ich habe deine getarnten Angriffseinheiten. Aufgeblasene Köder. Leer bis auf einen miniaturisierten Holzmann-Generator und eine Laskern. Er fügte es seiner Archivmeldung bei. Als er fertig war, dachte er erneut über die Visionen nach. Beeinflussen sie meine Träume? Weshalb habe ich mir denn da eingefangen? In jeder freien Minute, die er gehabt hatte, seit er Techs Waffenmeister geworden war, hatte er Archivunterlagen abgerufen. Irgendwo in dieser massiven Wissensansammlung musste doch ein Hinweis stecken. Resonanzen und die Tachyonentheorie hatten seine Aufmerksamkeit für eine Weile gefesselt. Tachyonen kamen auch in Holzmanns Ursprungsentwurf vor. Techies hatte Holzmann seine Energiequelle genannt. Ein Wellensystem, das die Begrenzungen der Lichtgeschwindigkeit ignorierte. Die Lichtgeschwindigkeit begrenzte die Raumfaltenschiffe offensichtlich nicht. Techies? Es funktioniert, weil es funktioniert, murmelte Idaho. Glaube wie jede andere Religion. Mentaten hielten sich nicht lange mit scheinbar inkonsequenten Daten auf. Er hatte sich ein Lager mit der Bezeichnung Techies angelegt und schickte sich an, es ohne Befriedigung zu durchforsten. Nicht einmal die Gildennavigatoren gaben vor zu wissen, wie sie die Warp-Raumschiffe führten. Hexianische Wissenschaftler stellten zwei Maschinen her, die die Fähigkeiten der Navigatoren duplizierten, konnten jedoch die Methode, nach der sie vorgingen, nicht erklären. Man kann Holzmanns Formel trauen. Niemand behauptete Holzmann zu verstehen. Man bediente sich seiner Formeln lediglich deswegen, weil sie funktionierten. Es war der Äther der Weltraumfahrt. Man faltete den Raum. Man war hier und im nächsten Augenblick war man zahllose Parsec entfernt. Irgendjemand da draußen hat einen anderen Weg gefunden, sich Holzmanns Theorie zunutze zu machen. Eine volle Mentatenhochrechnung. Er erkannte ihre Akkuratesse daran, wie viele neue Fragen sie aufwarf. Morbellas Eintauchen in die Erinnerungen erschreckte ihn jetzt. Obwohl er darin die Grundzüge der Bene Gesserit-Lehre wiedererkannte. Macht zieht die Korrumpierbaren an. Absolute Macht zieht absolut Korrumpierbare an. Dieser Gefahr ist eine untertänige Bevölkerung angesichts einer fest verwurzelten Bürokratie ausgesetzt. Da ist selbst die Vetternwirtschaft wünschenswerter, weil die Toleranzebene dort niedriger liegt und die Korrupten periodisch ausgesondert werden. Fest verwurzelte Bürokratien kann man nur selten von der Anwendung von Gewalt abhalten. Vorsicht, wenn Beamtenschaft und Militär gemeinsame Sache machen. Die Schule der geehrten Matris. Macht um ihrer Selbstwillen. Eine Aristokratie, die aus einem ungleichgewichtigen Stamm entstanden war. Wer waren diese Leute, die er sah? Stark genug, um die geehrten Matris zu vertreiben. Er wusste es, auf der Grundlage einer Hochrechnung. Eiderhoff empfand diese Vorstellung als zutiefst verwirrend. Die geehrten Matris als Flüchtlinge. Barbarisch, aber unwissend, wie alle Plünderer, die es vor den Vandalen gegeben hatte. Von impulsiver Gier ebenso gesteuert wie von jeder anderen Antriebskraft. Nehmt das Gold Roms. Ihr Bewusstsein filterte jegliche Ablenkung. Es war eine verblüffende Unwissenheit, die nur dann ins Straucheln geriet, wenn die höher entwickeltere Zivilisation ein geschicktes Manöver ausführte und sich … Plötzlich wurde ihm klar, was Odrade vorhatte. Götter der Tiefe. Welch subtiler Plan. Er presste die Handflächen gegen seine Schläfen und zwang sich dazu, vor Qual nicht aufzuschreien. Sollen sie annehmen, ich sei müde. Aber die Erkenntnis, Odrades Plan durchschaut zu haben, sagte ihm auch, dass er Morbella verlieren würde. So oder so. Wann kann man den Hexen trauen? Niemals. Die finstere Seite des magischen Universums gehört den Bene Gesserit und wir müssen sie zurückweisen. Tülweth Waff. Der Meister der Meister. Der große Gemeinschaftsraum des Zentrums mit seinen Etagensitzreihen und der sich davor ausbreitenden Plattform war voller Bene Gesserit-Schwestern. Und zwar mit mehr, als sich je zuvor hier versammelt hatten. An diesem Nachmittag war in der Ordensburg beinahe alles andere zum Stillstand gekommen, weil nur wenige ihre Stellvertreterinnen schicken wollten und wichtige Entscheidungen der Servicetruppe nicht überlassen werden konnten. Ehrwürdige Mütter in schwarzen Roben dominierten auf der Zusammenkunft. Sie saßen in Gruppen in der Nähe des Podiums, aber es wimmelte auch von Akkoluten in weißpaspelierten Umhängen. Man hatte sogar die Neuen mitgebracht. Gruppen mit weißen Roben waren Jungakkoluten. Man fand sie da und dort verteilt, wo sie sich zusammengefunden hatten, um beieinander zu sein. Alle anderen waren von den Synodenprokuratorinnen ausgeschlossen worden. Die Luft wirkte abgestanden und war schwer vom Melange-Atem der Anwesenden. Gerüche genossener Speisen mit viel Knoblauch schoben sich durch diese Atmosphäre wie Eindringlinge. All dies und die Geschichten, die durch den Raum geisterten, machten die Spannung unerträglich. Die meisten Anwesenden richteten ihre Aufmerksamkeit auf das Podium und die Seitentür, durch die die Mutter Oberin eintreten würde. Selbst während man mit seinen Nachbarn redete oder umherging, konzentrierte man sich auf diese Stelle, wo, wie man wusste, bald jemand erscheinen und grundlegende Veränderungen im Leben aller hervorrufen würde. Die Mutter Oberin hätte sie keinesfalls mit dem Versprechen wichtiger Bekanntmachungen in den großen Gemeinschaftsraum gerufen, wenn es nicht um etwas gegangen wäre, das die Bene Gesserit in ihren Grundfesten erschüttert hätte. Belonda ging Odrade in den Raum vor. Sie bewegte sich mit jenem charakteristischen Watscheln auf das Podium zu, das sie selbst noch aus der Ferne erkennbar machte. Odrade ging fünf Schritte entfernt hinter ihr her. Dann kamen die Seniorratsmitglieder und Adjutanten, und unter ihnen befand sich, in schwarzer Robe, Murbella, die aufgrund der vorerst zwei Wochen stattgefundenen Agonie noch immer etwas abwesend wirkte. Dorthuya humpelte dicht hinter ihr her. Tam und Sheana begleiteten sie. Am Ende dieser Prozession kam Stregi, die Tec auf ihren Schultern trug. Aufgeregtes Gemurmel erklang, als er erschien. Männer waren bei einer Versammlung nur selten zugegen, aber auf diesem Planeten wusste jeder, dass es sich bei ihm um den Gola ihres Basharmentaten handelte, der nun mit allem, was noch von der militärischen Streitmacht der Bene Gesserit übrig war, zusammenlebte. Als Odrade die massierten Dienstgrade der Schwestern wahrnahm, überkam sie ein Gefühl der Leere. Irgendjemand hatte in grauer Vorzeit schon alles gesagt, dachte sie sich. Jeder verdammte Tölpel weiß, dass das eine Pferd schneller laufen kann als das andere. Bei kleineren Zusammenkünften in dieser Imitation eines Stadions hatte sie oftmals den Reiz verspürt, diesen kleinen Ratschlag zu zitieren, aber sie wusste, dass das Ritual seinen Zweck ebenso erfüllte. Zusammenkünfte führten einen den anderen vor. Hier sind wir zusammen, unter unseresgleichen. Die Mutteroberin und ihre Begleiter bewegten sich wie ein charakteristisches Bündel aus Energie durch die Schlange zum Podium, ihrer Ehrenposition am Rande der Arena. Die Mutteroberin wurde niemals zum Opfer des massierten Drängelns der Versammelten. Nie bohrte sich ihr ein Ellbogen zwischen die Rippen, nie spürte sie den Fuß einer Nachbarin. Sie war niemals dazu gezwungen, sich so zu bewegen wie die anderen, die sich wie gekrümmte Würmer voranbewegten, um die dicht zusammengedrängten Massen zu durchqueren. Auf diese Weise ist Cäsar angekommen. Daumen runter auf die ganze verdammte Sache. Zu Belonda sagte sie, Fang an! Sie wusste, dass sie sich hinterher fragen würde, warum sie nicht eine andere delegiert hatte, um diesen rituellen Auftritt hinter sich zu bringen und diese verhängnisvollen Worte zu äußern. Belonda würde diese hervorragende Stellung mit Freuden ausfüllen und durfte sie aus diesem Grund gar nicht innehaben. Aber vielleicht würde eine niedrigrangigere Schwester, die eine solche Erhöhung nur in Verlegenheit brachte, nur aus Treue handeln, aus der unterschwelligen Notwendigkeit heraus, das zu tun, was die Mutter Oberin anordnete. Ihr Götter, wenn welche von euch um uns sind, warum erlaubt ihr es uns, solche Schafe zu sein? Alle waren da, und Belonda stimmte sich auf sie ein. Die Bataillone der Bene Gesserit. Es waren zwar keine echten Bataillone, aber Odrade stellte sich die Schwesternschaft oft dienstgradmäßig vor, katalogisierte sie nach ihren Funktionen. Die da ist die Gruppenführerin, die da eine Kompaniechefin, die da ein Unteroffizier und die da ein Kurier. Die Schwestern wären außer sich gewesen, hätten sie von diesen ihren Anwandlungen gewusst. Odrade verbarg sich jedoch geschickt hinter der Einstellung, die Arbeit ganz gewöhnlich zu verteilen. Man konnte jemanden zum Leutnant machen, ohne ihn so zu nennen. Tarasa war genauso verfahren. Bel erzählte den Anwesenden nun, dass die Schwesternschaft möglicherweise mit dem Gefangenen Tlailaxu ein neues Abkommen schließen würde. Für Bel waren es bittere Worte. Wir haben die Feuerprobe hinter uns, ob Tlailaxu oder Bene Gesserit, und wir sind verändert aus ihr hervorgegangen. Man könnte sogar sagen, wir haben einander verändert. Ja, wir sind wie zwei Felsen, die sich so lange aneinander gerieben haben, dass jeder etwas von den sich verformenden Umrissen des anderen angenommen hat. Auch wenn der Fels in seinem Kern noch immer der gleiche ist. Die Anwesenden wurden unruhig. Sie wussten, dass dies nur einleitende Worte waren, trotz der verborgenen Botschaft innerhalb der Anspielungen auf die Tlailaxu. Einleitende Worte, relativ in ihrer Wichtigkeit. Odrade begab sich an Belonders Seite und signalisierte ihr, sie solle abbrechen. Und jetzt die Mutter Oberin. Wie schwer alte Traditionen doch aussterben. Glaubt sie etwa, man würde mich nicht erkennen? Odrade sprach in einem zwingenden Tonfall. Er kam der Stimmkraft ziemlich nahe. Es ist zu Aktionen gekommen, die es erfordern, dass ich mich auf Kreuzweg mit der Führung der geehrten Matris treffe, zu einem Gespräch, von dem ich vielleicht nicht lebend wieder zurückkehre. Ich werde es möglicherweise nicht überleben. Das Treffen hat teilweise Ablenkungskarakter. Wir planen, gegen sie vorzugehen. Odrade wartete darauf, dass das Gemurmel erstarb. Sie hörte sowohl Zustimmung als auch Ablehnung in dem, was sich da äußerte. Interessant. Diejenigen, die ihr zustimmten, waren in Podiumsnähe und unter den weiter entfernten Akkoluten. Die fortgeschrittenen Akkoluten waren dagegen? Ja, sie kannten die Warnung. Wir dürfen das Feuer nicht schüren. Odrades Stimme wurde leiser, sodass sie auf den höheren Etagen nur noch schwach empfangen wurde. Vor meiner Abreise werde ich mit mehr als einer Schwester teilen. Die augenblicklichen Zeiten erfordern solche Vorsicht. Dein Plan? Was willst du tun? Von überall her wurden ihr Fragen zugerufen. Wir starten ein Täuschungsmanöver auf Gamu. Es müsste die Alliierten der geehrten Matris nach Kreuzweg bringen. Dann werden wir Kreuzweg nehmen und hoffentlich die Spinnenkönigin festsetzen. Der Angriff wird erfolgen, wenn du auf Kreuzweg bist? Diese Frage kam von Garimi, einer nüchtern wirkenden Prokuratorin, die direkt unterhalb von Odrade saß. Das ist der Plan. Ich werde meine Beobachtungen den Angreifern übermitteln. Odrade deutete auf Tek, der auf Stregis Schultern saß. Der Bashar wird den Angriff höchstpersönlich leiten. Wer geht mit mir? Ja. Wen nimmst du mit? Die Sorge in diesen Ausrufen war unverkennbar. Also war es in der Ordensburg noch nicht herum. Tam und Dorthuja, sagte Odrade. Wer wird mit dir teilen? Erneut Garimi. Tatsächlich. Das ist die interessanteste politische Frage. Wer wird der Mutter Oberin nachfolgen? Odrade hörte, dass sich hinter ihr nervöse Erregung breitmachte. Belonda aufgeregt? Nicht du, Bell. Das weißt du doch. Murbella und Cheyana, sagte Odrade. Und eine weitere, wenn die Prokuratorinnen mir einen Namen nennen wollen. Die Prokuratorin informierten sich zu kleinen, sich beratenden Gruppen. Vorschläge gingen von einer Gruppe zur anderen, aber einen Namen teilte man Odrade nicht mit. Jemand fragte, warum Murbella? Wer kennt die geehrten Matris besser? Fragte Odrade. Das brachte sie zum Schweigen. Garimi kam näher an das Podium heran und musterte Odrade mit einem durchdringenden Blick. Unter einem keinen Versuch, eine ehrwürdige Mutter irre zu führen. Darvi Odrade. Nach dem Täuschungsmanöver auf Gamu werden sie auf Kreuzweg noch wachsamer und stärker sein. Wie kommst du auf die Idee? Wir könnten sie überrennen. Odrade trat beiseite und gab's Dregi einen Wink, mit Tag nach vorn zu kommen. Tag hatte Odrades Vorstellung fasziniert verfolgt. Jetzt sah er auf Garimi hinab. Sie war momentan die leitende Prokuratorin und war zweifellos ausgewählt worden, für einen ganzen Schwesternblock zu sprechen. Erst jetzt wurde Tag klar, dass seine lächerliche Position auf den Schultern einer Akkulute von Odrade aus anderen Gründen als aus jenen geplant worden war, die sie geäußert hatte. Damit meine Augen mit den Erwachsenen, die mich umgeben, auf einer Höhe sind, aber auch, um sie an meine kleine Statur zu erinnern, um ihnen einzureden, dass immer noch eine Bene Gesserit und sei es auch nur eine Akkulute meine Bewegungen kontrolliert. Ich will im Moment nicht in sämtliche waffentechnische Details gehen, sagte er. Verdammt sei diese Piepsstimme. Ihre Aufmerksamkeit hatte er jedoch gewonnen. Aber wir setzen auf Mobilität und auf Scheinanlagen, die großen Schaden in ihrer Umgebung anrichten werden, wenn sie von einem Lasgans-Strahl getroffen werden. Und wir werden kreuzweg mit Geräten abschotten, die uns die Bewegungen ihrer Nichtschiffe zeigen. Da man ihn fortwährend anstarrte, fuhr er fort. Wenn die Mutter Oberin das, was ich ohnehin schon über Kreuzweg weiß, bestätigen kann, kennen wir die Positionen unseres Feindes im Detail. Es dürfte keine allzu großen Veränderungen dort gegeben haben. Dazu ist viel zu wenig Zeit vergangen. Eine Überraschung und das Unerwartete. Was haben sie sonst von ihrem Bascharment hatten erwartet? Er sah Garimi an, provozierte sie dazu, einen weiteren Zweifel an seinen militärischen Fähigkeiten zu äußern. Aber ihre Frage fiel anders aus. Können wir davon ausgehen, dass Duncan Idaho sie in waffentechnischer Hinsicht beraten hat? Wenn man den besten Mann hat, wäre man ein Narr, wenn man ihn nicht einsetzen würde, antwortete er. Aber wird er sie auch als Waffenmeister begleiten? Er verlässt das Schiff lieber nicht und sie alle kennen den Grund. Welche Bedeutung hat diese Frage? Er hatte sie durchschaut, was sie zum Schweigen brachte und was ihr nicht gefiel. Ein Mann durfte normalerweise nicht die Fähigkeit aufweisen, eine ehrwürdige Mutter derart auszumanövrieren. Odrade trat vor und legte eine Hand auf Tegs Arm. Habt ihr etwa alle vergessen, dass dieser Gola unser treuer Freund damals Teg ist? Ihr Blick fiel auf bestimmte Gesichter in der Menge und blieb auf einem haften. Sie war sicher, dass diese Frau die Kumaugen überwachte und sie wusste, dass Teg ihr Vater war. Dann wanderte ihr Blick von Gesicht zu Gesicht, mit einer derart bewussten Langsamkeit, dass niemand ihre Absicht fehlinterpretieren konnte. Ist eine unter euch, die Vätternwirtschaft zu schreien wagt? Dann seht euch noch einmal die Akte an, die wir während seiner Dienstzeit geführt haben. Die Geräusche, die die Synode von sich gab, wurden wieder jenen ähnlich, die man von einer Versammlung erwartete. Kein vulgärer Zusammenprall fordernder Stimmen mehr, die Aufmerksamkeit heischten. Jetzt passte man seine Sprache einem vorgegebenen Muster an, das zwar recht ebenmäßig, aber noch lange kein Chor war. Die Stimmen bewegten sich und flossen zusammen. Odrade hatte dies immer für bemerkenswert gehalten. Niemand dirigierte diese Harmonie. Sie entstand, weil man Bene Gesserit war. Natürlich. Dies war die einzige Erklärung, derer man bedurfte. Es geschah, weil man es geübt hatte, sich aufeinander abzustimmen. Der Tanz ihrer täglichen Bewegungen fand seine Fortsetzung in ihren Stimmen. Sie waren Partner, auch wenn sie vorübergehend nicht übereinstimmten. Ich werde es vermissen. Es reicht nie aus, akkurate Voraussetzungen qualvoller Ereignisse zu machen, sagte sie. Wer weiß das besser als wir? Ist auch nur eine unter uns, die die Lektion des Quiser Zaderach nicht gelernt hat? Es gab keinen Grund, dies weiter auszuführen. Eine böse Voraussage durfte ihren Kurs nicht beeinflussen. Das brachte Belonda zum Schweigen. Die Bene Gesserit waren erleuchtet. Keine Dummköpfe, die dem Überbringer schlechter Nachrichten zusetzten. Den Kurier degradieren? Was konnte man von Leuten dieser Art schon an Nützlichem erwarten? Eine Verhaltensweise, die man um jeden Preis vermeiden musste. Bringen wir Kuriere mit unangenehmen Nachrichten zum Schweigen? Glauben wir, das tiefe Schweigen des Todes könne die Nachricht unhörbar machen? Oder gar das, was sie uns übermittelt, ungeschehen? Die Bene Gesserit wäre niemals so vorgegangen. Der Tod macht die Stimme des Propheten noch lauter. Märtyrer sind wahrhaft gefährlich. Odrade registrierte, dass sich dieses Bewusstsein unter den Anwesenden verbreitete, bis hinauf in die höchsten Sitzreihen. Wir treten in schwere Zeiten ein, Schwestern, und wir müssen sie hinnehmen. Selbst Morbella weiß es, und sie hat keine Ahnung, warum ich Angst davor hatte, eine Schwester aus ihr zu machen. Wir sind uns dessen alle bewusst, auf die eine oder andere Weise. Odrade wandte sich um und blickte Belonda an. Sie sah keine Enttäuschung in ihr. Bale wusste, warum sie nicht unter den Auserwählten war. Einen besseren Kurs gibt es nicht für uns, Bale. Infiltrieren. Wir übernehmen sie, bevor sie auch nur ahnen, was wir vorhaben. Als ihr Blick zu Morbella überwechselte, stellte sie respektvolle Bewusstheit fest. Morbella erhielt allmählich die ersten verwertbaren Ratschläge von ihren weitergehenden Erinnerungen. Sie hatte das manische Stadium überwunden und war sogar schon wieder dabei, so etwas wie Zärtlichkeit für Danken zu empfinden. Irgendwann vielleicht. Die Bene Gesserit-Ausbildung war eine Versicherung, dass sie ihre weitergehenden Erinnerungen allein beurteilen würde. Nichts an Morbellas intellektuellem Verhalten sagte, behalte deine lausigen Ratschläge für dich. Sie hatte historische Vergleichsmöglichkeiten und konnte deren offensichtlicher Botschaft nicht entgehen. Marschiere nicht mit jenen durch die Straßen, die deine Vorurteile teilen. Laute Ausrufe sind meist am leichtesten zu ignorieren. Ich meine, guck sie dir doch an, wie sie sich ihre dämlichen Lungen aus dem Leib schreien. Und mit denen willst du gemeinsame Sachen machen? Ich habe es dir gesagt, Morbella. Nun Urteile für dich selbst. Um Veränderungen durchzusetzen, sucht man sich Ansatzpunkte und bringt sie in Bewegung. Von Sackgassen hält man sich fern. Angebote, hohe Positionen einzunehmen, werden den Marschierern als Ablenkungsmanöver regelmäßig unterbreitet. Aber man findet Ansatzpunkte nicht unbedingt in den Chefetagen. Sie finden sich hauptsächlich in wirtschaftlichen oder kommunikativen Zentren und wenn man davon nichts weiß, nützt einem auch die hohe Position nichts. Sogar Unterführer können unseren Kurs ändern. Nicht indem sie Berichte fälschen, sondern indem sie unerwünschte Anordnungen irgendwo versanden lassen. Bell behält alle Befehle so lange für sich, bis sie glaubt, dass sie nichts mehr taugen. Hin und wieder erteile ich ihnen nur aus diesem Grund Anweisungen, damit sie ihr Verzögerungsspiel spielen kann. Sie weiß davon, aber sie spielt ihr Spiel trotzdem. Das sollst du wissen, Morbella. Und nachdem wir geteilt haben, sollst du meine Vorstellung mit größter Sorgfalt studieren. Man hatte Harmonie erzeugt, aber zu einem Preis. Odrade gab das Zeichen, dass die Synode beendet sei, obwohl sie sehr genau wusste, dass weder alle Fragen beantwortet noch gestellt worden waren. Aber die ungestellten Fragen würden durch Bell weitergeleitet und gefiltert werden, wobei ihnen ansprechende Behandlung zuteil werden würde. Die Aufgeweckten unter den Schwestern würden keine Fragen stellen. Diese kannten ihren Plan jetzt schon. Als Odrade den großen Gemeinschaftsraum verließ, spürte sie, dass sie die volle Verantwortung für die Wahl, die sie getroffen hatte, akzeptierte. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie anfangs gezögert hatte. Es war Bedauern in ihr, aber wahrscheinlich wussten nur Morbella und Shiana davon. Als sie hinter Belonda herging, dachte Odrade an die Orte, die ich niemals betreten und die Dinge, die ich niemals sehen werde, außer als Reflexion im Leben einer anderen. Es war eine Form der Nostalgie deren Mittelpunkt die Diaspora einnahm und dies verursachte ihr Pein. Es gab für eine Person dort draußen einfach zu viel zu sehen. Nicht einmal die Bene Gesserit mit ihren gesammelten Erinnerungen hatten die Hoffnung, je damit Schritt zu halten, jedenfalls nicht mit jeder interessanten Einzelheit. Man ging wieder zu Großprojekten über. Zum Einzelbild, zum Hauptstrom, die Spezialität der Schwesternschaft. Hier waren die Hauptursachen, die Mentaten erforderten. Verhaltensformen, die Bewegung der Strömung, das, was sie mit sich führten, wohin sie führten. Konsequenzen. Keine Landkarte. Das Fließen an sich. Endlich habe ich die Schlüsselelemente unserer von Ausschüssen überwachten Demokratie in ihrer Urform festgeschrieben. Eines Tages wird man mir möglicherweise dafür dankbar sein. Suche die Unabhängigkeit und du wirst zum Gefangenen deines Verlangens. Suche die Disziplin und du wirst deine Freiheit finden. Der Kodex Wer konnte auch ahnen, dass die Sauerstoffanlage ihren Geist aufgibt? Die Frage des Rabbis war rein rhetorischer Natur. Er saß auf einer niedrigen Bank und presste eine Schriftrolle an die Brust. Die Rolle war zwar durch ein modernes Verfahren verstärkt worden, war aber immer noch alt und zerbrechlich. Er wusste nicht genau, wie spät es war. Möglicherweise einige Zeit vor Mittag. Erst vor kurzem hatten sie etwas zu sich genommen, das man als Frühstück bezeichnen konnte. Ich habe es erwartet. Er schien mit seiner Schriftrolle zu reden. Das Passerfest ist gewesen und vergangen und unsere Tür war verschlossen. Rebekah baute sich vor ihm auf. Bitte, Rabbi, wie soll dies Joshua bei der Arbeit helfen? Man hat uns nicht ausgestoßen, sagte der Rabbi zu der Schriftrolle. Wir haben uns selbst in ein Versteck zurückgezogen. Wenn Fremde uns nicht finden können, warum sollte dann jemand, der uns helfen könnte, nach uns suchen? Er schaute Rebekah plötzlich von unten an. Er wirkte hinter seinen Brillengläsern wie eine Eule. Hast du das Böse zu uns gebracht, Rebekah? Sie kannte seine Ansichten. Außenstehende denken immer an den Benegesserit sei etwas Ruchloses, sagte sie. Jetzt bin ich dein Rabbi, also ein Außenstehender. Sie entfremden sich selbst, Rabbi. Ich spreche vom Standpunkt der Schwesternschaft aus, der ich laut ihren Anweisungen helfen sollte. Was sie tut, ist oftmals langweilig, immer dasselbe, aber nicht böse. Ich habe dich angewiesen, ihnen zu helfen? Ja, das habe ich getan. Vergib mir, Rebekah. Wenn das Böse unter uns ist, ist es meine Schuld. Rabbi, hören Sie auf damit. Die Schwesternschaft ist eine nützliche Sippe und sie bewahrt sich immer noch einen empfindlichen Individualismus. Bedeuten ihnen nützliche Sippen denn nichts? Beleidigt sie meine Erhabenheit? Ich werde dir sagen, was mich beleidigt, Rebekah. Ich bin dafür verantwortlich, dass du es gelernt hast, anderen Büchern zu folgen als der... Er hob die Schriftrolle hoch, als wäre sie ein Knüppel. Ich folge überhaupt keinen Büchern, Rabbi. Oh, Sie haben einen Kodex, aber das ist nur eine Sammlung von Gedächtnisstützen, die manchmal nützlich sind, manchmal aber auch zum alten Eisen gehören. Sie passen Ihren Kodex stets den aktuellen Erfordernissen an. Es gibt Bücher, die man nicht anpassen kann, Rebekah. Sie musterte ihn mit unverholener Bestürzung. Sah er die Schwesternschaft wirklich so oder sprach aus ihm nur die Angst? Joshua kam und stellte sich neben sie. Seine Hände waren ölverschmiert, auf seinen Wangen und seiner Stirn befanden sich schwarze Schmierer. Dein Tipp war richtig. Sie arbeitet wieder, wie lange weiß ich nicht. Das Problem ist, dass du das Problem leider nicht kennst, warf der Rabbi ein. Das mechanische Problem, Rabbi, sagte Rebekah, Das Feld dieses Nichtraums wirkt nämlich auf die Maschinerie ein. Wir konnten keine reibungslos funktionierende Maschinerie installieren, sagte Joshua. Es hätte uns verraten, von den Kosten gar nicht zu reden. Eure Maschinerie ist nicht alles, auf die etwas einwirkt. Joshua sah den Rabbi stirnrunzelnd an. Was ist los mit ihm? Also vertraute auch Joshua auf die Einsichten der Bene Gesserit. Es gefiel dem Rabbi überhaupt nicht, dass seine Schäfchen anderswo Führung suchten. Doch dann überraschte er Rebekah. Du glaubst, ich sei neidisch? Fragte er. Sie schüttelte langsam den Kopf. Du stellst Talente zur Schau, sagte der Rabbi, die von anderen schnell eingesetzt werden können. Dein Tipp, die Sauerstoffanlage zu überprüfen. Haben dir diese anderen gesagt, wo der Fehler liegt? Rebekah zuckte mit den Schultern. Der Rabbi war wieder ganz der Alte. Der Mann, den man in seinem eigenen Haus nicht herausfordern durfte. Sollte ich dich Lob preisen? Fragte der Rabbi. Hast du Macht? Wirst du uns von jetzt an führen? Niemand, und ich schon gar nicht, hat das vorgeschlagen, Rabbi. Sie war beleidigt und scheute es nicht, es offen zu zeigen. Vergib mir, Tochter, es sollte wirklich nur ein Späßchen sein. Ich brauche ihre Lobpreisungen nicht, Rabbi, und natürlich vergebe ich ihnen. Haben deine anderen etwas dazu zu sagen? Die Bene Gesserit sagen, dass die Angst vor Lobpreisungen auf ein uraltes Verbot zurückgeht, laut dem man nichts Gutes über seine Kinder sagen durfte, um den Zorn der Götter nicht heraufzubeschwören. Der Rabbi senkte den Kopf. Ein Funken Weisheit. Joshua schien verlegen zu sein. Ich werde versuchen zu schlafen, ich sollte mich etwas ausruhen. Er warf dem Maschinenraum, aus dem laute Arbeitsgeräusche ertönten, einen bedeutungsvollen Blick zu. Dann begab er sich an das abgedunkelte Ende des Raums. Er stolperte dabei über ein Kinderspielzeug. Der Rabbi klopfte mit der Hand auf den Platz neben sich. Setz dich in Rebecca. Sie setzte sich. Ich habe Angst, Angst um dich, um uns, um alles, was wir darstellen. Er liebkoste die Schriftrolle. Wir sind seit so vielen Generationen korrekt gewesen. Sein Blick wanderte wehmütig durch den Raum. Und wir haben hier nicht mal ein Minyan. Rebecca wischte sich Tränen aus den Augen. Rabbi, Sie beurteilen die Schwesternschaft falsch. Sie wollen die Menschen und ihre Regierungen lediglich perfektionieren. Das sagen Sie. Das sage ich. Für Sie ist das Regieren eine Kunstrichtung. Erheitert Sie das? Du machst mich neugierig. Sind diese Frauen nicht einer Selbsttäuschung erlegen, dass sie sich in ihren Träumen so wichtig nehmen? Sie sehen sich selbst als eine Art Herdenhunde. Hunde? Herdenhunde, die stets den richtigen Zeitpunkt abwarten, um jemanden etwas zu lehren. Darauf sind sie aus. Niemals den Versuch zu machen, jemandem etwas beizubringen, was er nicht verarbeiten kann. Immer diese Anflüge von Weisheit. Der Rabbi hörte sich richtig traurig an. Und regieren sie sich auf künstlerische Weise? Sie sehen sich selbst als einen Ausschuss mit absoluter Macht, gegen den kein Gesetz ein Veto einlegen kann. Der Rabbi fuchtelte mit der Schriftrolle unter Rebekkas Nase herum. Dachte ich's mir doch! Kein Menschengesetz, Rabbi. Soll das heißen, dass diese Frauen, die sich Religionen nach ihrem eigenen Gusto ausdenken, an eine Macht glauben, die größer ist als sie? Ihr Glaube stimmt zwar nicht mit dem Unseren überein, Rabbi, aber ich halte ihn nicht für bösartig. Worin besteht dieser Glaube? Für sie ist es ein Nivellierungskurs. Sie sehen ihn genetisch und als Instinkt. Kluge Eltern beispielsweise werden sehr wahrscheinlich Kinder haben, die dem Durchschnitt näher kommen. Ein Kurs, das soll ein Glaube sein. Deswegen vermeiden sie es im Rampenlicht zu stehen. Sie sind Berater, ab und zu sind sie sogar Königsmacher, aber sie wollen niemals als Zielscheibe im Vordergrund stehen. Dieser Kurs, glauben sie, dass es jemanden gibt, der ihn bestimmt? Sie gehen nicht davon aus. Sie nehmen aber an, dass eine sichtbare Bewegung da ist. Und was tun sie dabei? Sie treffen Vorsichtsmaßnahmen. Was ich in Satans Gegenwart auch empfehlen würde. Sie stemmen sich nicht gegen die Strömung, sondern lassen sich scheinbar von ihr tragen. Sie lassen sie für sich arbeiten, nutzen ihre Kräfte aus. Ui! Die Seefahrer der Antike verstanden dies äußerst gut, Rabbi. Die Schwesternschaft hat ein Wissen, das einem Strömungsdiagramm entspricht. Und das sagt ihr, welche Gegenden sie meiden und in welchen sie die größten Anstrengungen unternehmen muss. Wieder fuchtelt er mit der Schrift Tollerum. Dies ist kein Strömungs Diagramm. Sie interpretieren falsch, Rabbi. Die Bene Gesserit wissen um die Verfänglichkeit erdrückender Maschinen. Sie schaute auf die arbeitenden Geräte. Sie sehen uns in Strudeln, denen keine Maschine die Stirn bieten kann. Diese kleinen Weisheiten. Ich weiß nicht, Tochter, Einmischung in die Politik kann ich ja verstehen, aber Einmischung in heilige Angelegenheiten. Ein Einfluss auf brillante Innovatoren, die aus der Reihe treten und neue Dinge produzieren. Selbst wenn das Neue uns hilft, wird der Innovator vom Kurs erfasst. Wer kann denn schon wirklich sagen, was hilfreich ist, Rebecca? Ich spreche ja nur aus, was Sie glauben. Sie sehen in der Besteuerung einen Beweis des Kurses. Sie nimmt freie Energie, die vielleicht noch mehr neue Dinge hervorbringen könnte. Wer sensibilisiert ist, bemerkt es, sagen sie. Und diese geehrten Matris? Sie füllen die Schablone aus. Eine abgeschlossene Macht, die mit der Absicht regiert, alle potenziellen Herausforderer arbeitsunfähig zu machen, sucht sich die Gescheiten heraus, stumpft die Intelligenz ab. Ein leises piepsendes Geräusch drang aus der Maschinensektion. Joshua war an ihnen vorbei, noch ehe sie aufgestanden waren. Er beugte sich über den Bildschirm, der zeigte, was sich auf der Oberfläche abspielte. Sie sind zurückgekommen, sagte er. Seht, sie graben in der Asche direkt über uns. Haben sie uns aufgespürt? Die Stimme klang beinahe erleichtert. Joshua blickte auf den Bildschirm. Rebecca sah ihm über die Schulter. Sie musterte die Grabenden. Zehn Männer, die den träumerischen Ausdruck im Gesicht hatten, der anzeigte, dass sie willfährige Sklaven der geehrten Matris waren. Sie graben nur am Rand, sagte Rebecca und richtete sich auf. Bist du sicher? Joshua sah ihr ins Gesicht, als suche er nach einer geheimen Bestätigung. Jede Bene Gesserit hätte es gesehen. Sie doch selbst, sie deutete auf den Schirm. Sie gehen, sie gehen jetzt ins Slickloch. Wohin sie gehören, murmelte der Rabbi. Auch in einem Schmelztiegel von Falschmeldungen kann es zu brauchbaren Entscheidungen kommen. Auf diese Weise akzeptiert Intelligenz Fehlbarkeit. Und wenn es zu keiner absoluten, unfehlbaren Entscheidung kommen kann, geht die Intelligenz auch das Risiko begrenzter Daten ein, in einer Arena, in der Irrtümer nicht nur möglich, sondern auch notwendig sind. Darwi Odrade Eine Mutter Oberin ging nicht einfach an Bord eines startbereiten Leichters, der sie zu irgendeinem Transportschiff brachte. Es wurden Pläne gemacht, Arrangements besprochen, Strategien ausgetüftelt, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Es dauerte acht hektische Tage lang. Man musste sich genauestens mit Teck abstimmen. Die Konsultationen mit Morbella fraßen Stunden. Morbella musste erfahren, was auf sie zukam. Entdecke ihre Achillesferse, Morbella, dann hast du es geschafft. Bleib auf dem Beobachtungsschiff, wenn Teck angreift, aber schau sorgfältig zu. Odrade ließ sich in allen Einzelheiten von jedem beraten, der helfen konnte. Dann kamen die Lebenszeichen Implantate mit der Kodierung, um ihre heimlichen Beobachtungen zu übermitteln. Ein Nichtschiff und ein Fernstrecken leichter mussten umgebaut werden. Teck wählte die Mannschaften aus. Belonda murmelte und brummte und brummte so lange vor sich hin, bis Odrade sie ansprach. Du längst mich ab? Ist das deine Absicht? Willst du mich schwächen? Es war früher Morgen, vier Tage vor der Abreise, und sie hielten sich gerade allein in ihrem Arbeitszimmer auf. Das Wetter war klar, aber für die Jahreszeit zu kalt. Die Luft wies eine Ockerfarbe auf, denn in der Nacht war ein Sandsturm über das wenigstens einen guten Abgang verschaffen. Odrade ertappte sich dabei, dass sie zurückschnauzte. Belonda war ihr ein bisschen zu sarkastisch geworden. Sie war notwendig, vielleicht für dich, damit du lebewohl zu deiner Familie sagen konntest, und jetzt lässt du uns hier in dem ganzen Schlamassel zurück. Bist du nur heraufgekommen, um dich über diese Node zu beschweren? Ich mag deine neuesten Kommentare über die geehrten Matris nicht. Du hättest uns konsultieren sollen, bevor du Sachen in die Welt setzt, die sind schmarotzer, Belle. Es ist an der Zeit, dass wir es klarstellen. Eine Schwäche, die man kennt. Und wie verhält sich ein von Parasiten befallener Körper? Odrade sagte es mit einem breiten Grinsen. Dar, wenn du diese pseudohumoristische Pose einnimmst, könnte ich dich erwürgen. Könntest du dabei lächeln, Belle? Verdammt da, irgendeines Tages, wir sind nicht mehr allzu viele Tage beisammen, Belle. Und das ist es, was dich auffrisst. Beantworte meine Frage. Beantworte sie dir selbst. Der Körper heißt eine periodische Entlausung willkommen. Selbstsüchtige träumen von der Freiheit. Aus Belondas Augen sprach der Mentat. Du meinst die Abhängigkeit von den geehrten Matris könnte schmerzhaft werden? Trotz deiner schrecklichen Humorlosigkeit scheinst du immer noch zu funktionieren. Ein grausames Lächeln umspielte Belondas Mundwinkel. Es ist mir gelungen, dich aufzuheitern, sagte Udrade. Lass mich mit Tam darüber reden. Was Strategien angeht, ist sie der bessere Kopf, obwohl das Teilen sie weicher gemacht hat. Schmerzhaft Vielen Dank.